Vielen Dank für die Einleitung. Jetzt kommt noch mal eine Einleitung. Die weniger ausgespannlicher ist die Kooperationsvereinbarung bis jetzt Ende September, die neue, geschlossen und vorgestellt wurden. Die Kooperationsvereinbarung, wer das jetzt nicht weiß, regelt quasi das, was der Senat von den Rechtslandeseitern Bundesbau-Gesellschaften verlangt. Wie viele Neubau-Zahlen, wie viele Neubau-Zahlen nicht mehr. Was, also der Regeln einerseits, was der Senat von den Landeseitenen verlangt, zum Beispiel wie viele Wohnungen, wie viele Neubau-Wohnungen, wie viele Neubau-Wohnungen. Diese Kooperationsvereinbarung bestand sehr lange aus. Es wurde die alte immer wieder quasi verlängert mit leichten Änderungen. Aber es ist unter Rot-Grün-Rot nicht mehr zu einem Abschluss gekommen. Letztlich war es schon unter Rot-Rot-Grün. Die Verhandlungen, das wurde immer wieder verlängert. Jetzt ist die neue da. Die Mieter dieser Stadt können sich nicht unbedingt darüber freuen. Die Bedingungen haben sich deutlich verschlechtert. Wir werden jetzt in einem weiteren Gespräch zu diesem Wort eingehen. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, was da jetzt genau sich alles geändert hat. Um jetzt nicht auf den Namen ein relativ straffes Zeitplan. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Ulla Schuster, freier Journalist. Und Pressesprecher des B&D Berlin. Ich bin auch nicht aus B&D Berlin. Ich bin ja als freier Journalist. Wir werden jetzt auch nicht über die Politik von Neubau oder sonst was sprechen. Sondern im Kern oder Kooperationsvereinbarung, Neubau, Finanzierung der Landeseignung und Offensivschaft. Wir haben hier ein sehr großes Podium. Wir werden jetzt im technischen Ablauf zwei Fragerunden hier auf der Bühne machen. Wo unsere Podiumsmitglieder bereits wissen, dass sie sich möglichst kurz passen sollen. Damit wir einfach nicht bis Mitternacht sitzen können. Wir haben auch immer Zeit, weil wir hier auf dem Podium sitzen. Ich werde jetzt ganz kurz vorstellen, wie wir hier sehen, auf der Bühne. Ganz links von mir aus Katalin Ennburg. Sie ist seit 2016 im abgerollten Haus und Sprecherin für Stadtentwicklung. Niklas Schenker hätte das eigentlich, der Sprecher für die Politik von Neubau ist, er hätte das eigentlich motivieren sollen, er kann aber leider nicht. Deswegen ist Katalin Ennburg, die jetzt auch nicht ganz fern ist, eingeschmogen. Neben ihr sitzt Christian Gäbler, der Senator für Stadtentwicklung von Neubau, seit April, davor und bis hier über zwei Jahre Staatssekretär in der Bauverwaltung. Aber seit 2011 ergeht in verschiedenen Staatssekretärs in Berlin als Senat. Dann haben wir Daniela Radlbeck, sie ist Referent für Wohnungsnotfälle von Wohnungspolitik bei dem apathetischen Wohlfahrtsverband Berlin und kriegt natürlich ein sehr genaues Bild von den Problemlagen, die viele Menschen in der Stadt haben, um die Möglichkeit überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Daneben ist dann Jörg Franzen, ich habe seit zehn Jahren Vorstandspositionelle Gäsebau, einer der, ich glaube im Moment die drittgrößte, fünfgrößte, noch vor der GBM, immerhin noch vor der GBM. Genau, die 46.000 Wohnungen, also die fünfgrößte Wohnungsvorgesellschaft für Dienst insgesamt sind und 350.000 Wohnungen bei dem Landesverband und der Stolper der Stadt. Ich weiß nicht, ist Berlinovo da schon eingerechnet? Nein, nur noch nicht. Okay. Okay, 73.000 mit der Berlinovo, die er einen ganz besonderen Status hat. Da könnten wir auch den letzten Abend darüber sprechen. Daneben liegt der Werner, war ursprünglich angekündigt, aber jetzt ist es Rainer Teach geworden vom Berliner Mieterverein. Genau, auch kein Geschäftsführer, sondern Vorsitzender des Berliner Mietervereins. Die Jahreszahl seit wann? Seit 2017. Seit 2017, also ich meine auch schon sechs Jahre. Dann haben wir Matthias Körbs daneben. Der ist beim Mieter, er nennt sich Mieterrat, aber es ist formal ein Mieterbeirat. Hier vom Neuen Kreuzberger Zentrum, das ja, wie wir schon gehört haben, der DEBO-Pakt gehört. Dieser Mieterrat hat eine besondere Rolle, weil er zumindest in der Theorie mehr mitbestimmt hat, als die regulären Mieterbeiräte. Das wurde erkennt im Rahmen dieser Rekommunalisierung. In dem Fall war es keine Rekommunalisierung des Hauses. Und, zu guter Letzt, Mario Hildenfeld, Leiter des Bereichs Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Wie seine Chefin immer sagt, wir sind die guten. Es sind die landeseigenen Gesellschaften drin, aber eben auch durch die Privatisierungen der früheren Jahre, eben auch von wo wir deutsche Wohnen und so weiter. Genau, aber das ist der Verband, der quasi die Wohnungswirtschaft und den Großteil der Wohnungen, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, der Wietwohnungen vertreibt. Genau. So, dann haben wir Punkt 1 durch. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und wir steigen in die Fragerunde ein. Wir haben da unsere ganz tolle Choreografie überlegt. Also, es wird zwei Fragerunden gehen. Ich finde, Sie alle darum, möglichst innerhalb von so drei Minuten ungefähr für die Antwortzeit einzufragen. Wie gesagt, wir haben ein großes Problem. Herr Frantzen, Sie haben sich instinktiv in die Mitte gesetzt und dürfen wir noch der Erste sein. In dieser neuen Kooperationsvereinbarung sind ja viele Forderungen umgesetzt worden, die Sie als Sprecher, das habe ich vergessen zu erwähnen, Herr Frantzen ist auch Sprecher aller sechs landeseigenen Vorgesellschaften, lange vertreten haben. Zum Beispiel, dass dieser sogenannte Mietendimmer, also dass die Mieten nicht oder nur sehr geringend auf steigenden Bestand, der bis 2025 sorgt und heute jetzt weg oder zum Ende des Jahres ausläuft. Die Einkommensgrenzen für Wunderrechtigungsscheine wurden deutlich nach oben gesetzt. Das heißt, mehr Menschen können eine DDS-Johne bekommen bei nicht unbedingt ausgeweiteten Angeboten. Die frei finanzierten Neubauer dürfen jetzt durchschnittlich 15, oder ab Januar, 15 Euro Nettokeit pro Quadratmeter verlangt werden. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Frau Frantzen, wir haben einen guten Schritt gemacht hin und dazu, dass wir die riesigen Aufgaben, die von den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen mieten, gerade wirtschaftlich, auch aus eigener Kraft umsetzen können. Dazu zählt nicht nur der Neubau, weil er natürlich riesen Investitionsvolumina in den nächsten Jahren hat. Wir wollen, wir müssen bezahlbaren Neubau in der Stadt bauen. Die Landeseigenen sind mittlerweile alle sechs zusammen, die Berlin-Oberlinz kann nochmal auswählen, die haben ja besondereroll. Die bauen zwar auch, aber da finden Sie die Zahlen jetzt nicht drin. Aber wir werden viele, viele tausend Wohnungen bauen, sechs und halbwegs pro Jahr ist die Zielmarke. Alleine bei den sechs landeseigenen, weil, Sie haben es ja schon mal angesprochen, er bedarf, die sind jetzt nur durch eine Ausweitung des Angebots von Wohnungen, wird es dauerhaft eine halbwegs Entspannung auf dem Markt, in welchem Leben das noch so gut kontrollieren. Es geht nur, wenn auch das Angebot entsprechend größer wird, für die Nachfrage. Und das sind die Kinderinnen und Kinder, die schon in der Stadt sind, sondern es ziehen Leute aus dem Bundeskrieg, auch zu, aus dem Ausland zu. Und wir haben noch das Thema der gebildeten Menschen, was leider durch die Kriegssituation, die wir jetzt mal nicht auf der Welt haben, auch nicht klein, aber Sie kennen das aus der Zeitung, wie Sie jeden Tag lesen, die 1000 Menschen untergebracht werden müssten, die jetzt in Übergangsunterbleiben untergebracht werden, aber das kann ja keine Dauerhaftelösen sein. Auch dafür müssen wir Wohnraum schaffen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wir haben Verpflichtungen. Wir müssen unseren Bestand, die 150.000 Wohnungen, bis 2045, klimaneutral haben. Das heißt, wir müssen die Heizungsanlagen verändern. Es gibt dieses neue Vor-der-Energie-Gesetz, was beschlossen worden ist. Das heißt, wir müssen in die Grammepunkten investieren. Das geht aber nur, wenn wir auch entsprechend dämmen, wenn wir andere Investitionen auch zu Bestände machen, was wir zählen, das ist ethisch damit. Da liegen Milliarden in riesigen Wurstenordnungen vor uns. Und deshalb finden wir es einen guten Schritt. Ob wir zufrieden sind, kann ich Ihnen jetzt auch gar nicht sagen, weil wir sind abhängig von externen Faktoren, die auch durch die Kriegssituationen sehr negativ verantwurts worden sind in den letzten Jahren. Wir haben eine Baukostenentwicklung von 20 Prozent ungefähr in den letzten anderthalb Jahren alleine gehabt. Wir haben Materialengpässe durch Lieferkettenprobleme, die durch die Kriegssituationen entstanden sind, die dann auch wieder den Preis gering haben. Und wir haben vor allen Dingen auch eine Zinsentwicklung, die von unter einem Prozent in anderthalb Jahren auch jetzt circa 4,5 Prozent gestiegen ist. Da kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie das weitergeht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es ausreicht. Ich kann Ihnen damit auch nicht sagen, ob wir dauerhaft damit umgehen können. Zufrieden will ich in den Zusammenhang gerne mit der Spreuzung im Mund nehmen. Und ich möchte aber auch noch mal betonen, Sie haben gesagt, es wird jetzt alles schlechter für die Miete. Das ist nicht so. Es gibt zwar wieder Mieterhöhungen, aber werden sehr individuell auch gestaltet. Es gibt Leistbarkeitsversprechen, was wir abgegeben haben. Sie wissen, dass es vorher in der Kort vor 30 Prozent maximal des Haushaltseinkommens war, bezogen auf die Netto-Miete. Wenn die Mieter uns nachweisen, dass sie davon zu stark belastet sind, haben wir in der Vergangenheit schon mit den 30 Prozent berechnet und entsprechende Mieterhöhungen reduziert. Jetzt sind es 27 Prozent. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind 10 Prozent mehr noch mal, die für die Mieter entsprechend, also wo wir auf die Mieter zugegangen sind, 27 Prozent maximal vom Haushaltseinkommen. Und das ist eine gezielte Steuerung. Wir haben auch ganz viele Mieter in unseren Beständen, die sich das durchaus lasten können. Die gut verdienen, die vielleicht als Studenten mal angezogen sind oder als EG eingezogen sind vor 15 Jahren, die jetzt aber extreme gute Einkommen auch haben und die das auch durchaus lasten können, wenn wir sozialvertretende Mieterhöhungen machen. 2,9 Prozent stehen in der Covenbauer drin, da werden Sie gleich noch zu fragen. Das ist deutlich unter dem, was jeder private oder jeder andere an Mieter macht. Ich bin ganz zufrieden mit der Antwort, aber... Ja, nicht ganz, aber das ist sehr gewohnt. Herr Tietz kann eigentlich gleich entgegnen. Der Mieterbein hat ja von wesentlichen Verschlechterungen für alle Mieterhöhungen gesprochen, als die eine Co-Aufbau verabschiedet worden ist. Was sind Ihre wichtigsten Begründungen? Der Grundansatz ist ja, dass die Wohnraumversorgungsgesetz haben als Bruch des damaligen Mieterholzentscheids. Die Zielsetzung dieses Mieterholzentscheids war es, erstens mehr Transparenz durchzusetzen und zweitens eine deutlichere Steuerung der Landeswohnungsgesellschaften durch die Senat zu erhalten. Der Vorgang, dass jetzt eine Kooperationsvereinbarung auf den Tisch gepackt, oder am nächsten Tag in der Vorgang, ohne das mit anderen Akteuren wesentlich zu diskutieren, das spricht nicht für mehr Transparenz, das finde ich sehr überzeugend. Es gibt Punkte in dieser Vereinbarung, die aus unserer Sicht auch gegen das Bundesgesetz verstoßen, damit nicht übereinstimmen. Man kann mal so einen guten Händen durch das Gesetz. Da ist der normale demokratische Vorgang, dass zunächst das Gesetz diskutiert und beschlossen wird und dann darauf folgende Eingabe beschlossen wird, wie das in uns war. Der inhaltliche, wesentliche Sichtpunkt, der für uns sehr kritikwürdig ist, das ist, dass der Zugang zu den landeseigenen Wohnungen nach oben geöffnet wird, ohne dass das Volumen der zur Verfügung stehenden Wohnungen vergrößert wird. Das bedeutet im Ergebnis, dass für die Haushalten mit geringeren Einkommen eben wenige Wohnungen zur Verfügung stehen werden. Und das halten wir an sich nicht bezieht. So, jetzt komme ich von hier, weil Herr Kaebler ist jetzt dran. Herr Tietzsch hat das noch gerade kritisiert, dass es keine Transparenz gab, dass es keine Beteiligung gab von sozialen Mieterverbänden bei den Verhandlungen zu der Kooperationsvereinbarung im Gegensatz zu den früheren Verhandlungen. Die Wohnraumversorgung Berlin soll jetzt auch nicht mehr für das Berichtswesen über die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zuständig sein. Ist die öffentliche Kontrolle jetzt einfach nicht mehr so wichtig? Bekommen die Wohnungsbaugesellschaften freier an über Schwarzburg? Vielen Dank. Nein, also zum einen hat es in der Vergangenheit bei den Kooperationsvertragsvereinbarungsverhandlungen auch keine persönlichen Verhandlungen gegeben, sondern es ist auch da, von der Finanzverwaltung haben wir es noch unter der Befehlung und von der Finanzverwaltung verhandelt worden. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Dann wurde ja gerade gesagt, es wird mehr Steuerung durch die Szenarung gefordert. Das wäre ja auch von Mikrofon zu geben, so gewesen. Das geben wir abends. Insofern wollen wir diese Kontrollingerichte tatsächlich auch durch die Szenarung die Szenarung machen lassen. Wir haben ja auch gewinnig was noch unterstützt zu lassen. Aber die Wohnraumversorgung soll eben auch eine stärkere Funktion im Bereich des Schutzes, der Widerfahrtssituation und auch mit dem Thema Umwunschstelle, was wir noch unter der vergangenen Region auf den Weg gebracht haben, wahrnehmen. Im Übrigen war Ihnen gerade gesagt, weil Sie gesagt haben, wir haben jetzt irgendwie den Förderweg und der Anhebung der Fördergrenzen da mit der Kooperationswahl noch ein bisschen geschnitten ein. Das war in der Wohnraumförderung 2022. Letztes Jahr beschlossen worden ist bereits erhalten. Das hat also von Rot auf die Szenarung gebracht und nicht von Frankreich. Zu den Quoten noch mal der Hinweis. Wir sind jetzt wieder bei ungefähr 60 Prozent Anspruchsbericht. Das waren wir im Jahr 2010 und da hatten wir noch veraufschrungen. Dadurch, dass ich ein Einkommen verändert habe und diese Bundeseinkommensgrenze ob sich immer diese Prozentzahl beziehungsweise nicht verändert, halte man mehr Leute dann aus der Steuerung und das haben wir jetzt sozusagen wieder ausgedrückt. Wir sind jetzt wieder bei dem, was vorher war. Man kann natürlich darüber reden, wie sieht das jetzt aus in dem ersten Förderweg ist, der uns ja auch schon auf 114 Prozent angehoben worden ist. Da haben wir jetzt aber in der Kooperationsrahmen geregelt, dass das erste Förderweg 50 Prozent der Wohnungsgeburt in die Gesellschaft in den Anzug hochnimmt und der Zweifel der Bürger sich dann in Rest halten. Aufnahme und ein Schwerpunkt gesetzt, dass wir in den geringsten Einkommen auch noch einen größeren Zubürf auf die Wohnung haben. Und dann glaube ich, das ist auch an der Stelle durchaus ausgegangen. Die 50 Prozent heißt, dass letztlich 30 Prozent der Wohnungen an die Untersteine in die EBS 140 verkieben wird. Dann kann ich hier gleich in der Ecke bleiben. Was sagt denn die Linke zu der Kooperationsverantwortung? Passt Ihnen die übergeräumte Strategie der Wohnungspolitik hinter der neuen Regierung, der neuen Koalition? Ja, erst mal schön, dass wir hier auf Einladung der Inspektion über das wichtige Thema reden. In dieser Weise geht es ja um Pogaldienst der kommunalen Wohnraumversorgungspolitik in Land Berlin, seitdem wir damals den Auftrag ernst genommen hatten, die Mückenvolksentscheidung umzusetzen. Bis dahin ist es auch wegen Klassentreffen. Ich erinnere mich noch an die Koalitionsverhandlung 2016, wo wir sehr bretthart gegen die SPD verhandeln mussten, dass der Mietenvolksentscheid in dieser Weise auch umgesetzt wird. Jetzt hat sich die SPD einen neuen Koalitionspartner gesucht und da wird dann auch gleich der Mietenvolksentscheid beerdigt. Das ist im Prinzip die Kurzfassung davon, wie wir das so sehen finden, das ist natürlich richtig schlimm, dass jetzt wirklich die Menschen mit dem wenigsten Einkommen noch schlechter mit Wohnraum mit kommunalen versorgt werden. Es passt in die Strategie der SPD, dass sie eine strategische Aufwertung der Stadt als ihre Programmatik ja auch immer hatte, also neue Bürger für die Stadt ist ja das, was ihr auch immer proklamiert. Das heißt, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften eben nicht in erster in erster Linie für die Menschen zur Verfügung stehen, die am wenigsten Geld haben, das legen wir ab. Wir haben immer gesagt, wenn die Wohnungsbaugesellschaften mehr Geld bekommen, dann müssen sie das aus dem Landeshaushalt bekommen. Im Landeshaushalt sind ganz viele Sachen wie Olympia-Bewerbung oder sinnlose Machbarkeitsstudien, die das Tenten-Rouwer-Feld bebauen kann. Kann man alles streichen, würde man viele Millionen haben, um den Neubauer zu finanzieren. Wir werden kann, wo man sich von Lieferketten unabhängig machen kann, nämlich von einer kommunalen Bauhütte. Das werde ich jetzt hier nicht auspreisen. Ich will noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema Mitbestimmung. Herr Gimler, Sie haben früher schon auch so, wir hatten als Linksregierung durchgesetzt, dass die Mieterstrukturen in die Machtpolitik eingebunden sind. Wir hatten zum Beispiel mit dem Initiativenforum im Abgeordnetenhaus eine dauerhafte Instanz, wo Mieterinnen und Mieter eingebunden waren und auch in solche Verhandlungsprozesse eingebunden sind. Nein, ihr habt ja erst mal die Axt angelegt, das muss man auch mal deutlich sagen. Und es war ein harter Überlebenskampf, jetzt gibt es die da irgendwie noch, aber jeder muss hier rumkrebsen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir über was ganz anderes sprechen, wenn wir zum Beispiel hier am Kotti sind, muss man sagen, dass das hier kommunal Naturgesellschaften, das offenbart ein dramatisches Problem. Das heißt, es braucht dringend eine soziale und politische Steuerung der Landeseigenen, um dafür zu sorgen, dass die Landeseigenen wirklich sozial handeln. Und da, Herr Franzen, erinnere ich mich, dass Sie Brandbriefe damals geschrieben haben, als Katrin Lomscher die Landeseigenen ordentlich durchregulieren wollte und das auch gemacht hat. Da waren Sie nämlich ganz unzufrieden. Also wir sehen, es ist die absolute Rolle rückwärts und das ist wirklich dramatisch und ich bin froh, dass heute viele hier sind und offenbar auch bereits über eine Karte zu gehen. Das von Facebook kann nicht kurz passen, das muss man wirklich lobend erwähnen. Frau Radebeck, Sie sind ja schon früher und jetzt vielleicht noch viel mehr mit den Ergebnissen der Kooperationsvereinbarung konfrontiert, wie die Zeitenwechse. Fernsten über die Sozialquoten gesprochen, die jetzt gerade für die geringste Einkommensklasse deutlich reduziert wurde. Vorher war 63% bis 180. Genau. Gut, also das, was für den Förderweg WBS 140 reserviert ist, ist weniger, als es vorher war. Das konnten wir schon im abgeordneten Haus diesen Dissens beobachten, aber Opfertschwarzbrot, damit den Vorrang der kommunalen Wohnungsversorgung für die bedürftigsten Haushalten, das hätten Sie sich gewinnt. Also ich würde schon sagen, aus Sicht des Paritätischen, dass wir einfach mehr brauchen. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen definitiv mehr Wohnraum, der eben für genau die Bedarfsgruppen zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir zu wenig Wohnraum haben für Menschen mit geringem Einkommen oder mit sehr geringem Einkommen eben darum angewiesen sind. Und solange wir das nicht haben, die 6500 Wohnungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, jährlich, ja, ich glaube, das noch entstehen soll, genau als Ziel, solange wir das nicht haben, heißt es für mich, und so lese ich auch die neue Kopfvereinbarung, dass es darum geht, dass die Menschen mit BWS 140, die zu weniger Wohnraum zur Verfügung haben, beziehungsweise in Konkurrenz treten mit Menschen, die ein besseres Einkommen haben, aber auch noch gering, also BWS 220, bei ca. 2200 Euro in der Deutung kommen. Und von dem her hätten wir uns als paritätischer gewünscht, dass die Quoten für die Menschen, die wirklich am wenigsten Geld haben, dass die eben auch noch mal erhöht werden. das war auch im Übrigen das, was der Wiener Mieterverein im letzten Jahr auch noch mal an die Senatsverwaltung geschickt hat, wo es eben darum geht, dass die Kooperationsvereinbarung modelliert werden sollen, den wir auch unterzeichnet haben, dass einfach klar ist, wir brauchen höhere Quoten für die Menschen und da stimme ich Frau Gernembruch zu, es ist definitiv auch aus meiner Sicht Aufgabe, der landeseigenen Wohnungsunternehmen und auch des Land Berlins, genau mit diese Einkommensgruppe oder eben auch die Transferleistungsempfangenden in Berlin ausreichend Wohnraum zu sorgen. Ich bin Referentik über die Wohnungsnotfallhilfe, wir haben in Berlin momentan 40.000 Menschen, die untergebracht sind, untergebracht heißt in ASOC-Unterkünften, die Kosten für die ASOC-Unterkünfte sind unglaublich hoch, im Durchschnitt kostet eben einen Platz 25 Euro, aber das geht eben nach oben bis hin zu 69 Euro pro Person, pro Nacht, also pro Tag. Und wenn man das einfach mal zusammenrechnet, denke ich mir dann auch immer, Mensch, da könnten wir ganz schöne Neubauten schaffen, die eben dann auch den Menschen zu tun stünden, die weniger betrachten. Applaus Dank. Applaus Herr Hansen hatte schon ein bisschen über oder wollte sich wollte keine richtige Einschätzung geben, ob er jetzt zufrieden ist mit neuen Kooperationsvereinbarung, was die Erhöhung der Spielraum für mehr höhere Einnahmen ergibt. Wie sieht denn der IWDU diese Kooperationsvereinbarung, ist die jetzt der finanzielle Befreiungsschlag für die landeseigenen Unternehmen, um Sanierung und Neubau in besserem Maße zu stemmen als bisher? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Schuster. Also, ob es der Befreiungsschlag ist, das kann ich jetzt wirklich auch nicht beurteilen, aber ich finde die Vereinbarung in jedem Fall in der Kürzung, in der Prägnanz erfrischend. Wir reden ja immer davon, dass wir zu viele Vorschriften und zu viele Verwaltungsungetüme irgendwie haben und wer den alten Kooperationsvertrag kennt mit den Ergänzungen und Zusatzvereinbarungen, Verlängerungen, Mietenmoratorien etc. Das war schon schwer dadurch zu kommen durch die Konvolute und selbst Fachleute, die damit fertig arbeiteten, hatten Mühe, die richtige Vorschrift zu finden, wo stehen wir gerade beim Thema Energie oder Mieterhöhung oder Ähnlichem. Insofern auf drei Seiten kompakt die wesentlichen Essentials sind da drin. Für uns sehr anspruchsvoll nochmal zu lesen, dass hier der Wohnungsbestand auf 30% am Mietwohnungsbestand ausgebaut werden soll. Da gibt es bei mir natürlich sofort die Frage, können die das, schaffen die das? Wir haben ja von vielen Mietern, ich bin ja mit vielen Mieterbeiräten, Mieterbetten immer wieder im Austausch, immer wieder die Debatte, fehlt uns nachher das Geld in der Instandsetzung. Diese Ängste sind ja begründet. Also das Geld kann ja nur einmal ausgegeben werden. 30% wären 600.000 Wohnungen in Mieterhöhung. 30% in Händen der Landeswohnungsunternehmen, das kann man durch Kauf oder durch Neubau machen, egal. Das ist wirklich ein anspruchsvolles Ziel und da wird man noch einige Jahre daran arbeiten müssen. Und sie fragen aber eine wirtschaftliche Einschätzung ja bei mir. Wir haben also mehrere Kennziffern, die Überschuldung war ja mal ein Thema, was sie auch im Vorfeld mich gefragt haben. Also die Schuldenboden sind natürlich durch Ankauf und Neubau gestiegen, das ist klar. Wir haben aber andere Kennziffern, die dazu auch zu betrachten sind, beispielsweise das Ergebnis der Gesellschaften. Das liegt bei Pi mal Daumen immer noch 300 Millionen im Jahr. Ergebnis ist aber nicht Gewinn, das können sie nicht einfach ausschütten. Wir haben Eigenkapitalquote von Pi mal Daumen 25 Prozent. Da liegen normale Genossenschaften genau in der Range. Und jetzt kommt das, was Herr Franzen sagt, auf uns zu, eine riesige Welle von Herausforderungen der Investitionen. Und es geht gar nicht darum, die Stabilität der Unternehmen in Frage zu stellen oder damit zu stärken, sondern die Investitionskraft der Unternehmen zu schützen und zu stärken. Und da sind wir im dynamischen Prozess. Das ist heute doch keinem in der Branche möglich, die Folgen des EEG, des Heizungsgesetzes, was Sie alle in der Presse jeden Tag lesen können, abzuschätzen. Wie soll das gehen? Herr Franzen spricht von vielen Milliarden. Ich könnte ihn auch nicht qualifiziert im Moment sagen. Dazu kommen die gestiegenen Neuroposten, die gestiegenen Kosten auch für den Ankauf. Im Moment haben wir eine Delle, da geht es dann wieder runter. Aber wir kommen aus Zeiten, wo die Zinsen ein bis zwei Prozent vielleicht mal waren. Und wir gehen in Zeiten, wo die langfristigen Finanzierungskonditionen der landeseigenen Gesellschaften irgendwann auslaufen werden. Dann müssen die neu konditionieren. Und dass sie heute vielleicht noch für ein Prozent in den Büchern haben an Schulden, müssen sie dann vielleicht für drei, vier Prozent prologieren. Das wird nicht morgen der Fall sein, aber vielleicht schon in drei oder vier, fünf Jahren. Das ist alles bei einem normalen Unternehmen zu kalkulieren, zu berücksichtigen und führt am Ende dazu, dass wir genauso bei Genossenschaften und bei anderen sozialen Wohnungsunternehmen Mieten anpassen müssen. Wir müssen uns wirklich genau überlegen müssen, wofür geben wir jetzt Geld aus. Wir lesen das bei großen Privaten, dann wird dann der Neubau erst mal zurückgestellt. Wir spüren das, wenn die Instandsetzungen vielleicht hier und da nicht mehr so schnell funktionieren, wie man es früher gewohnt ist. Die gleiche Leistung kostet heute einfach deutlich mehr. Das ist der Effekt der Kriege und der Inflation und der globalen Unmittelbarheit. Damit müssen wir umgehen. Und in dem Sinne Ihre Frage, glaube ich, ist der Kooperationsvertrag ein Schritt in die richtige Richtung, auch erreichen wird, diese ganzen Ziele zu erfüllen. Und sozusagen die Städte schien in ihrer Leistungskraft so weit auch unterstützt, dass sie die Eigenwirtschaftlichkeit haben, alles zu erreichen. Weiß ich noch nicht. Das sieht jetzt so viel aus, aber ehrlicherweise die Mieterhöhungen, die da angekündigt sind, mit dem maßvollen Rahmen, den Herr Franzen so ganz vorsichtig beschrieben hat. Also da hören wir in der Branche ganz andere Notwendigkeiten an Mieterhöhungen als das, was den städtischen Mieterhöhungen eingerannt wurde. Dankeschön. Herr Franzen hatte ja auch mal 5% gefordert, wenn nein. Nein hat Herr Franzen nicht gefordert, kann ich gleich sagen. Okay, Herr Franzen hat sich aber irgendjemand hatte 5% gefordert. Der letzte in unserer ersten Runde ist jetzt Matthias Körs, der selber Mieter hier ist, sonst wäre ja nicht ein Mieterrat. Da haben wir ganz zu Anfang schon diese Unzufriedenheit mit baulichem Zustand, mit der Behebung von Mängeln. Sie hatten das ja auch erwähnt, dass das vielleicht später als länger dauert, als früher, bis irgendwelche Mängel behoben werden. Gleichzeitig sollen die Mieten deutlich mehr steigen als bisher. Wie attraktiv ist kommunales Wohnen noch? Ja, ich sag mal, durch Sarazin und andere ist das natürlich eh schon zerschossen worden. Also erstmal ist so, wer hier wohnt, bekommt ein Stigma vom Tagesspiegel oder vom RBB oder sonst was. Wir brauchen Polizei und so weiter. Also wir sind eigentlich in einer misslichen Lage. Ich will aber vorher eben kurz mal zwei Miet-Summen nennen, die hier kursieren, im Haus. 55 Quadratmeter Wohnung im Moment warm 786,95 Euro Durchschnitt. Schon sehr teuer für die Leute, die hier wohnen. 89 Quadratmeter 1.092 Bahn und Strom. Sehr schlechter Zustand, Flatwerk eine einzige Niederlage, wenn ich jetzt selbstständig so arbeiten würde, wie Flatwerk wäre ich sofort alle Aufträge los. Also das ist sozusagen der technische Arm für die Miet-Devobag die Versorgung machen. Ich finde eine Mieterhöhung ist überhaupt nicht drin, es braucht eine Miet-Senkung. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel letztes Jahr die 89 Quadratmeter Wohnung noch ohne Strom 823 gekostet hat. Jetzt kostet die 976 durch Krieg, Inflation und so weiter. Die Hausmeister ganzen kalten Nebenkosten, warmen Nebenkosten und so weiter. Das drückt die Leute an die Wand und die Einkommen steigen ja überhaupt nicht. Und das führt natürlich dazu, dass auch diese kleine Prozentzahl, die sich aus der Lung weg, wenn sie das wirtschaftlich denken und vergleichen mit der freien Wirtschaft und so weiter, macht das irgendwie alles Sinn. Aber wir sind ja alle irgendwie bei den Kommunalen oder ich sage mal auch um SPD-Politiker, wir sind ja hier alle engagiert für die Stadt und dass wir ein städtisches, kommunales, gutes, bezahlbares, leistbares Boden hinbekommen. Und wir fangen an eigentlich in einer Phase, wo wir wirklich bezahlbaren Neubau brauchen und Ausweitung, die Mieten in diesen wenigen Hüppen, die es gibt, die oft in einem schlechten Zustand sind, zu erhöhen. Und das führt zu einer Agonie bei den Mieterinnen, sich überhaupt nicht mehr zu beteiligen, sich überhaupt nicht mehr zu kümmern. Also es ist eigentlich im Moment, also jetzt in dem Haus hier, ist eine ganz große Ertäuschung da. Man braucht irgendwie, damit ein Lichtschalter repariert wird, muss man irgendwie achtmal anmahnen. Also man wird behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse. Das Gefühl haben ja natürlich viele Mieterinnen, aber gerade wir sind ja die Mieter am Start. Mit 85 Prozent Mieterinnen, wir kommen alle zur Miete. von diesem, ich sag mal ein Wort, ein Stolz, hier selbstbewusste Mieter und Mieterin zu sein, bei den Landeseigenden. Der wird eigentlich aus den Unternehmen heraus zertrümmert, bei dem Kunde. Und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Die Leute freuen sich natürlich, dass sie hier sich eine Wohnung leisten können, weil es auf dem freien Markt viel, viel schlimmer ist. Aber das kann ja nicht der Maßstab sein, dass es auf dem freien Markt so schlimm ist. Es hat ja mit dieser unendlichen Verknappung des Wohnraums, natürlich auch durch den Zuzug und so weiter, aber diese Problematik, über die wir jetzt diskutieren, nochmal verschärft durch Geflüchtete, die es auch schon zu anderen Phasen gab. Aber wir haben ja seit zehn Jahren schon Wohnraummangel von bezahlbaren Wohnraum. Wir sitzen ja jetzt nicht hier neu. Und so wie wir jetzt diskutieren, in dieser klugen Fachlichkeit, es mag alles richtig sein, hört sich das natürlich so an, dass wir zehn Jahre wieder in der absolut gleichen Situation hier sitzen. Und das ist unser Gefühl. Wir sind nicht vom Fach, sondern wir sind vom Alltag her, arbeiten wir in diesem Bereich und engagieren uns. Und ich glaube, bei vielen Mieterbeiräten geht es auch so, die haben langsam auch keine Lust mehr. Oder da ist, sage ich mal, einfach Erschöpfung da und man denkt, es bringt ziemlich wenig und jetzt bekommen wir auch noch eine Mieterbeiräte. So, er ist der Durchlauf geschafft, aber es geht weiter. Der dritte, zweiten Durchlauf. Herr Franzen, 15 Euro Netto-Kalt Durchschnittsmiete ein. Egal, der war 13, auch zu viel. 13 Euro Neubau und Ja, ich hätte das noch gar nicht gesagt. 15 Euro Durchschnittsmiete und breiten das jetzt Neubau. Gut. Zweistellige Mieten in Neubau. Mieterhöhungen von 2,9 Prozent pro Jahr. Ich weiß nicht, wie heißt es, wenig. Ist das, was wir hatten, die Frage in ähnlicher Form letztlich vorher auch, aber wird jetzt der Neubau entfesselt, wird jetzt die Sanierung entfesselt? Sie hatten ja, die Jesu Bau heute glaube ich seit einer Anfrage vom Mai rund 600 Wohnungen in Neubauprojekten auf Eis gelegt. Werden die jetzt zügig realisiert? Wir haben gar nichts auf Eis gelegt, sondern wir haben realistische Planungshorizonte auch aufgrund der Dauer der Schaffung des Baurechtes in unsere Planung aufgenommen. Wir haben nichts auf Eis gelegt oder komplett gestoppt, sondern wir haben teilweise in der Planung in den Jahren etwas verschieben müssen, weil wir Baugenehmigungen nicht schnell gut bekommen. Also vielleicht wenn man mit der mehr aufzuräumen, ich hätte 5% in den Verhandlungen gefordert und bin mit den 2,9% nicht zufrieden. Ich finde die 2,9% eine sehr sozialverträgliche Möglichkeit, wieder in wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu kommen, die uns auch für die Investitionen in der Zukunft dann rüsten. Aber 5% zu fordern wäre total dämlich, weil wir haben im Bundesunterschrieb als Landes eigentlich, ich habe das für die anderen mitgemacht, da steht 11% in 3 Jahren Max drin. Da können wir ausrechnen, dass das schon mal die Obergrenze ist und die 5% da nicht enthalten sind. Das würde nicht passen. Also ich habe das nie gefordert und es wurde auch in den Verhandlungen mit den beiden Finanzverwaltungen an dem großen Tisch nicht gesagt. Das hat vielleicht mal in einem anderen Gesprächsraum von meinen Kollegen gesagt, aber zwar nicht verhandlungsfähig. Es gibt eine Sanierungswelle allein schon dadurch in den nächsten Jahren nochmal das Ziel der Klimaneutralität. Das ist kein Spaß, da können wir auch nicht sagen, als Vorständiger und Geschäftsführer, das machen wir nicht. Das müssen wir machen. Da müssen alle Wohnungsbestände in Berlin und wir verantworten bis 2045 Klimaneutralen haben. Das ist ein riesiger Aufwand. Wir müssen die Herzenssysteme komplett erneuern und in Wärmepunkten investieren. Wir müssen dadurch auch die Gebäude dämmen, sonst passt das von der energetischen Situation in den Häusern nicht, dann kriegen wir die Ziele nicht erreicht. Das ist eine Verpflichtung, wir müssen den Neubau machen. Ich muss leider ein sehr pessimistisches Bild malen. Herr Geldler wird mir widersprechen müssen, weil natürlich versuchen wir das Gesamtziel von 20.000 Neuro-Wohnungen in der Stadt zu erreichen. Aber wenn Sie die Zeitung lesen, müssen Sie natürlich ständig tun, die privaten bauen gerade nicht mehr, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen es nicht möglich machen. Der Vorsitzende der Bonobio hat jetzt 60.000 Neuro-Wohnungen abmoderiert, die er nicht bauen wird, weil er sagt, ich brauche eine kostendeckende Miete von bis zu 20 Euro im Quadratmeter und die bekomme ich nicht und die will ich auch nicht nehmen, weil es nicht sozialverträglich ist. Selbst Bonobio sagt das. Naja, aber es ist nicht so, dass die komplett am Leben vorbei agieren, auch wenn das vielleicht populistisch zu denken. Wir haben eine Durchschnittsbete, die auch nicht viel höher ist als Nuno, aber die bauen einfach nicht mehr die Projekte, die vergehen eine andere Breite im Moment. Wir sind die einzigen, die noch in dem Umfang bauen werden. Und Sie hat es gerade gesagt, wie wir in CTA sitzen werden, das Problem wird vor Sorge, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Neubauzahlen verkündet, dann ist sie mittlerweile schon bei unter 200.000 bei einem Ziel von bundesweit 400.000 Neubauwohnungen nötig werden. Wir werden ein riesiges Problem kriegen. Wir setzen alle Kraft daran, unsere Ziele zu haben. Wir können dann leider auch nicht alle Probleme lösen. 2,9% ist ein guter Weg mit den Leistverkanzversprechen, aber auch wir haben zusätzlich freiwillig von uns vorgeschlagen absolute Kaffungsbeträge pro Wohnung für die Mieterhöhung noch zusätzlich eingezogen als Sozialgrenze für die Mietenden, die in den Einkommensschwache Haushalten vor allen Dingen sind, sodass wir auch wirklich keinen überlasten, aber auch nicht mehr komplett mit der Gießkarner. Ich habe schon gesagt, wir haben auch viele Mietende, die sich das durchaus leisten können, diese moderaten Mieterhöhungen und bei dem Zeit lang keine Verkaufung. Dankeschön. Das klingt verzweifelt moderat, sagen wir mal. Ich meine, der Fakt am Rande ist, wir wissen bis heute nicht, wie viele Wohnungen in Berlin letztes Jahr fertiggestellt worden sind. Diese 17.300 Wohnungen, die vom Statistischen Landesamt kommuniziert wurden, davon sind 4.000 verbrechenden Vorjahren fertiggestellt, weil Berlin diese Statistik überhaupt nicht richtig führt, so wie sie gemacht werden soll. Also wir wissen, dass wir über 13.000 Wohnungen letztes Jahr fertiggestellt haben in Berlin. Wie viele wir wirklich fertiggestellt haben, wissen wir vielleicht nächstes Jahr, weil mit jahrelanger Verzögerung zum Teil diese Zahlen noch irgendwie reinkommen. Nur so nebenbei, wenn die Wohnungszahlen so wichtig sind, wenn die Wohnungsbauzahlen so wichtig sind, warum weiß niemand, wie viele Wohnungen tatsächlich gebaut worden sind. Aber Herr Tietz, wie sieht es aus, sind die Mieter jetzt die landeseigenen, nein, sie sind nicht landeseigen, die Mieter der Landeseigenen Gesellschaften noch mit einem blauen Auge da vor mir kommt? Es kommt darauf an, wen es trifft. Also tatsächlich 2,9% Mietsteigerung, das hört sich erstmal wenig an, aber in den unteren Einkommensgründen gibt es wenige, die Einkommenssteigerungen haben, das muss man auch gut sagen. Das heißt, für die wird die Mietzahlung schwieriger und das macht uns los. Was uns auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit dem landeseigenen Wohnungen, ein Land wie Berlin kann sich natürlich sechs verschiedene landeseigene Gesellschaften halten und darauf hoffen, dass die konkurrenz untereinander immer effizienter und besser werden. Das hat man jahrelang beobachtet und gesagt, der Effekt wird nicht zweifelig ein. Deswegen hat man dann über die Wohnraumversorgung Berlin versucht, eine gewisse Kontrolle oder Steuerung, Nachsteuerung zu sein. Unser Eindruck ist, dass das Kaufen der Neupassung der Kooperations Vereinbarung nicht gestärkt wird, dass das, was wir an Effizienz nehmen und in vielen Bereichen der landeseigenen Bundesgesellschaften immer wieder in der Beratungspraxis finden, dass das offenbar nicht so richtig angegangen wird. Wenn ich hier höre, dass man sinnbar anrufen muss, damit ein Lichtschalter repariert wird, es ist nicht nur für den Nieder festig, sondern es verschleißt Arbeitskraft auch bei den Veranstaltungen nicht in den Griff kommt, kann es nachvollziehen. Was wir nicht haben für die weitere Entwicklung ist der eigentlich fällige Bericht für Monom-Versorgung Berlin, der letzte Stand von 2021 . Wenn es keine Gründe gibt, warum ein solcher Bericht nicht fertig gestellt werden kann, dann sollte das dann abzüglich bestellen. Wir meinen, dass es bei den landeseigenen erheblichen Nachsteuerungsbedarf gibt und hätten uns gewünscht, dass das mit der Vorstand der Kooperationsvereinbarung verdichtet wird und nicht gelockert. Vielleicht wollen Sie was zu dem Bericht sagen? Können Sie was dazu sagen? Vielen Dank. Weil hier gerade das sich ja letztlich an Sie richtet, was Herr Tietz gesagt hat. Können Sie was dazu sagen? Kann ich mir jetzt nicht sagen. Wir arbeiten aber auf jeden Fall dran. Wir sind auch eine Hilfestellung. An der Stelle ist der Bericht zeitnah wieder veröffentlicht. Wie kann die herzlichen Ausnahme auch länger liegen geblieben ist? jeden Fall auch Zeitnah. Genau. Aber ich dachte, noch das gleich klären. vor. Und die Linke hat ja also wir haben jetzt oft genug von der Finanzierungsproblematik gehört. Bissinsproblematik milliardenschweren Herausforderungen für die Landeseigenen Monotorgesellschaften. Die Linke hat ja Eigenkapital zum Schüssel ins Spiel gebracht. Also jährlich eine Milliarde um einerseits den Neubau zu fördern, die Planierung also einfach den Landeseigenen eine bessere Basis für ihre Aufgaben zu geben direkt aus den Landeshaushalten oder umgegelt quasi. Was halten Sie da vor? Welchen Ansatz würden meinen Sie, dass jetzt diese Mietsteigerung oder diese Erhüllten Neubau Mieten wirklich die Landeseigenen aus der Problemzone kriegen? Oder ist es letztlich eine leichte Verbesserung aber kein Durchschlag mehr Erfolg? Mit der EFZI-Kooperationsfragen war das Ziel, die wirtschaftliche Basis der Landeseigenheit zu stärken, und die Mieter und Mieter jetzt zu überfordern. Da glaube ich, haben wir einigermaßen gangbaren Kompromissen gefunden. Vielleicht auch noch mal zu der Frage, in den Verhandlungen sind teilweise hinwahlen, man müsste jetzt eigentlich mal um so und so viel Prozent erhöhen, um das auszugleichen, was man ansonsten an Verlusten hat, was auf die wirtschaftliche Basis spricht. Landeseigenen haben ja schon Kreditaufnahmen und andere, die sozusagen dann auch bei den Berechnungszahlen dazu führen, dass man dazu kritisch nachfragen. Und an der Stelle muss ich immer sagen, der Bedarf ist einer gewissen Klasspektive, was Einnahmen angeht, und deshalb ist diese 2,9 Prozent auch eine Stärkung der Wirtschaft und die Basis nicht nur bei den konkreten Summen da reinkommen, sondern auch bei den Ratingen und der Bewertung der Kreditfähigkeit. So viel man kann nicht sagen, wir sollen mehr Eigenkandidat nehmen, damit sie dann auch viel wieder aufnehmen können, wenn sie Liebenstoff haben und viel wieder deswegen heurer werden, hat man sich dann auch keine Zeit zu haben. Das ist jetzt nicht vertrieben, aber das ist auch ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber das ist auch ein Thema, deshalb diese Eigeneinnahmen auch größte Bewertung haben. Das zweite ist, ich verstehe das völlig, dass aufgrund der steigenden Betriebskosten natürlich eine Gesamtrechnung dazu sagen, das überfordert mich. Das aber ausreichen zu wollen, indem man sagt, wir müssen die landeseigenen Gesellschaften auf Einnahmen verzichten, funktioniert an der Stelle auch nicht, weil das muss ja aus dem Landeshaushalt ausgeglichen werden. Damit helfe ich dann vielleicht ein, in wen den Mietern den landeseigenen Wohnungen wohnen und die anderen sagen, wenn das funktioniert das auch in einer solidarischen Gesellschaft. Deswegen war das Ziel Grund zu gucken, wer kommt an Grenzen und das Leistbarkeitsversprechen und den 27% Belastung für das Haushaltseinkommen. Also maximal 27% des Haushaltseinkommens für die Mieten. Das ist genau das Angebot, was die Not- und Einkommensgruppen eine Absicherung bietet. Noch mal, auch dieser Förderweg 3, also mit den 22% erreichen wir jetzt die Krankenschwester EVG-Großfahrenden. Das sind jetzt nicht die Großräder. Ich komme aber bisher gar nicht an den Rang. Sie fallen immer zwischen die verschiedenen Spülentäden und können sich auf dem freien Markt nicht leisten. Das schaue ist nicht dass wir an der Stelle gesagt haben wir bleiben dabei dass die Hälfte dieser 30% landeseigenen an bis 150% gehen und den Rest teilen sich die beiden anderen Förder Tätigkeit haben wir da nicht erhöht die Quoten das war das was Sie auch gesagt haben das Ziel war die Quoten anzunehmen nicht aber sagen es gibt so viele Gruppen in der Stadt die keine Wohnungen mehr bekommen dass das nicht noch anders aus gewähren können aber jetzt noch mal zu den Vorschlag der Linken wir haben im Moment das Ziel dass wir 5000 bis zu 5000 Sozialwohnungen pro Jahr fördern über die Grund- und Rennförderung dafür sollen bis zu anderthalten Jahr bereitstehen die der größtenteils auch bei den landeseigenen Wohnungsbeordneten in den Landgruppen auch beihilferecht die Probleme zu vermeiden jetzt zu sagen naja mit einer Milliarde kann man 7500 Wohnungen pro Jahr finanzieren ist eine sportliche Aufgabe sage ich jetzt mal so das hätte ich auch gerne mal durchgerechnet beziehungsweise auch ich selbst hier liegt ja darauf dass ich dann noch mehr in Verschuldung bei der Landeseigen Gesellschaft bin indem ich das sozusagen nochmal durch Kreditaufgaben ergänze am Ende funktioniert das aber bleibt von den Kosten die auch hat insofern wenn wir auch gucken natürlich ob wir ein Kapital auch aus dem Sondervermögen Klimakurs was machen wir zahlen jetzt für die Wohnraumförderung für die Sozialwohnung auch schon das heißt es ist nicht so dass die 2,9% Erhöhung jetzt die gesamten Aufgaben der Wohnungsvoll Gesellschaft finanziert sondern können sie Aufgaben sondern das Land verlieben und die Steuers Landeseigenen in der Lage versetzt werden die Zukunftsaufgaben da anzunehmen Dankeschön gut ich meine die Hebelwirkung die Kreditaufnahme Liebe Kinder das sind Kabel diese Hebelwirkung über Kreditaufnahme die wird ja andererseits in ganz vielen Bereichen im Landshausgleich auch gemacht das ist weiterhin ja auch bei der bei dem das war ja eigentlich eine Sache die ja erst ermöglicht hat zu sagen die Investitionsbedürfnisse in Berlin in dieser lange sehr runtergesparten Stadt können die erhaltlich besser bedienen zu können natürlich das war eine andere Zinsphase aber trotzdem ohne die Hebelwirkung dürfte in Berlin kaum noch was zu stark bekommen Grundstücke werden ja auch Grundstücksformen gibt es ja auch mit Hebelwirkung das heißt Hebelwirkung heißt dass man ein Eigenkapital anlegt und auf dieser Basis werden die Kredite aufgenommen werden können um Sachen kaufen zu können so ganz knapp gesagt aber das nur nebenbei und andererseits wenn wir bei der Gießkarte sind auch noch mal ganz nebenbei es wird das 29-Euro-Picket für den AB für 300 Millionen pro Jahr ist Gießkarten Förderung eingeführt von der Koalition aber bei den Mieten ist es irgendwie falsch aber wir hatten jetzt hier von Seite des Mietervereins und auch von Matthias Körst diesem Unmut gehört und auch von Innen weiß dass sozusagen die Errungenschaften des Nicht- und Volksbegehrens hier demontiert werden was kamen die Dinge dagegen hin Ja das ist natürlich eine ganz schöne Frage ich fange noch mal mit dem Vorredner an also was mir in der Debatte jetzt so richtig schon wieder klar geworden ist wir haben ja jetzt sieben Jahre miteinander regiert wir kennen uns ja ein bisschen und wir haben uns viel gestritten und ich will jetzt die Chance nutzen auch mal den Grundkonflikt hier auf zu machen der Solidaritätsbegriff den Sie haben Herr Franzen und Herr Gelber das ist einfach ein ganz anderer als den den wir als Linke haben und ich glaube da können wir wirklich jetzt mal in die Debatte gehen die sagen ja hier dies kann das geht nicht Herr Schusser hat das jetzt schon mit dem 20 Euro kommentiert ich will das mal an einer anderen Stelle machen es ist doch bezeichnend dass von den Mieterinnen und Mietern der landeseigenen hier Solidarität für die Kostenschlägerung eingefordert wird aber als die völlig überteuerten Wohnungsankäufe von der Bonovia getätigt wurden da wurde überhaupt nicht gefragt wie unsolidarisch es eigentlich ist dass man jetzt von den großen Wohnungskonzernen einfach die Wohnungen kauft um einen also sag mal so war ja irgendwie offensichtlich dass es vor allem darum geht dem Vergesellschaftungsvolksentscheid sozusagen das Wasser abzugraben das war in hohen Maße unsolidarisch da gab es überhaupt keine Mitbestimmung übrigens nicht mal im Parlament da haben sie einfach mit dem Finanzsenator gesagt das ist eine gute Idee das machen wir einfach mal ich will mal sagen diese Debatte über welche Solidarität reden wir ja eigentlich und ich will auch sagen die Mieten werden individuell gestaltet das klingt total undramatisch ist aber aus meiner Sicht wirklich kreuzbefährlich weil das was wir zum Beispiel mit dem Mietendeckel gemacht haben war eben nicht eine individuelle Gestaltung eben nicht dass Lieschen Müller hingehen muss und sagen muss übrigens ich habe doch einen Euro zu wenig können Sie bitte noch mal meine Miete senken sondern dass wir einfach sagen wir machen generell politisch festgelegte Miete und die senkt und jetzt kommt nämlich übrigens der absolute Oberknaller die Mieten die insgesamt bei den Wohnungsbaugesellschaften niedrig sein sollen aus unserer Liebensicht senken ja auch insgesamt den Mietspiegel liebe Leute und ja doch Christian und da werden wir uns vielleicht auch nicht mehr einig werden müssen wir jetzt auch gerade nicht aber das ist genau das Problem das heißt wenn wir über die Landeseigenen reden da reden wir über individuelle Probleme von Menschen die Mieten nicht leisten können deswegen soll Mieten sinken wir reden aber auch insgesamt über eine Schwerungsfunktion in diesem sogenannten Wohnungsmarkt der eben sozusagen free floating ist und wenn alle Mieten erhöhen dann werden sie eben auch für alle höher deswegen gibt es auch eine Verantwortung warum der kommunale Wohnungsbau besonders niedrig sein soll damit insgesamt eine Stabilisierungsfunktion eintritt deswegen will ich einfach nochmal sagen diese Solidaritätsdebatte die wir irgendwie ins Feld führt die ist da müssen wir uns das mal genau anschauen weil ich finde es krass unsolidarisch zu sagen also wir gehen da nochmal rein die Leute die haben doch alle viel zu viel Geld da gucken wir jetzt nochmal nach aber also es ist doch einfach nicht richtig die Debatte immer wieder anzusetzen sagen die Leute sitzen da eigentlich in der falschen Wohnung dann sollen die vielleicht woanders hinziehen sondern es geht auch eigentlich darum zu sagen unsere kommunalen Wohnungen sind ein Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge wir wollen insgesamt dass die Marktlogik durchbrochen wird deswegen entziehen wir diesen kommunalen Wohnraum der Marktlogik und sorgen dafür dass auch der Neubau jetzt kommt nochmal die Linke ins Spiel dass also auch der Neubau ganz anders funktioniert ich verstehe überhaupt nicht wir haben jetzt eine Planungskrise wir haben richtig viele Architekturbüros nicht nur die großen Bauträger haben Probleme sondern auch die Planungsbüros warum macht das Land jetzt nicht zum Beispiel ein großes Quereinstiegsprogramm könntest du übrigens machen großes Quereinstiegsprogramm alle Architekten Architekten Planerinnen dieser Stadt werden jetzt sozusagen aufgenommen dann macht man kommunale Planungshütte und eine Bauhütte und dann baut und plant dann einfach nochmal selber das was jetzt von euch gebaut wird überall das sind doch einfach nur Fertigteile Bauten die sozusagen angeliefert werden das ist doch auch überall das Gleiche es wird doch warum gehen denn die Leute alle auf die Barrikadenbahnläuber weil überall der gleiche Krams reingeklotzt wird und es auch gar nichts mit Baukultur zu tun hat deswegen macht ihr nämlich zum Beispiel auch keine Wettbewerbe also Herr Franz ich weiß ganz genau dass Katrin Lomster das reinverhandeln wollte dass es freie Wettbewerbe bei den Landeseigen Wohnungsbaugesellschaften gibt ja genau es wird immer gesagt dauert immer alles viel zu lange aber lustigerweise dauert immer die Bürgerbeteiligung für euch immer zu lange aber wenn die Investoren nicht aus dem Pfade kommen dann ist es immer kein Problem also es ist einfach irgendwas schief gelagert und deswegen werden wir einfach ganz klein heute mal sagen es muss viel viel direkter an die Leute ran es muss viel der Mitbestimmung geben und die Verfahren der Mitbestimmung können auch mal länger dauern weil es dann am Ende auch schneller geht man muss unkonventionell jetzt gerade in der Krise auch neue Lösungen machen man muss anders planen und bauen und am Ende muss man einfach auch mal sagen dass diese Debatten über also wir müssen zu einer wirklich solidarischen Wohnungspolitik kommen das wollte ich vor allem sagen weil ich finde einfach dass dieser Solidaritätsbefall immer bei den Mieterinnen und Mietern angesetzt wird aber dann wenn es darum geht wie können wir denn wirklich den unsolidarischen Akteuren auf der Wohnungsbank das Handwerk legen da wird dann plötzlich irgendwie die SPD aber ganz still und so geht es einfach nicht wenn man das wollte direkt entgegennehmen dann kriegt man natürlich die Gelegenheit das ist nett von Ihnen weil das sei jetzt ein Buch da wird durch alle möglichen fehlen insofern also ich finde Bürgerbeteiligung richtig und wichtig und zwar auch wirklich das Frühanfang das Problem ist bloß wenn dann nach der Bürgerbeteiligung die ganzen Nachfolge inklusive Wettbewerben Unternehmungsbeleum so lange dauert dass die Bürger sich gar nicht mehr daran erinnern dass sie gerade geteilt worden sind dann läuft das schief und das will ich ändern jetzt war die Nachbarkeit und die brauche ich so nicht mein Anliegen ist tatsächlich und das werden wir mit dem Stellerbaugesetz auch machen dass wir diese ganzen Sachen mal vom Kopf auf die Füße stellen und sagen wir müssen jetzt zu stringenteren Prozessen kommen mit Bürgerbeteiligung mit klaren Zielsetzungen mit Vorgaben aber nicht indem wir 25 Schleifen nacheinander drehen und alles nochmal machen und die Bekannter sieht das was du jetzt auch gezählt hast bringt alles nicht zu einer Beschleunigung bei übrigens auch nicht zu einer Kostenreduzierung und dann zu Preis gibt es die Sachen und wenn wir natürlich auch Gestaltungsformate genutzt die sind wesentlich effizienter als ein RPW Wettbewerb der über Jahre und am Ende vielleicht noch was macht was rassierend aussieht aber von der Wirtschaftlichkeit her auch fragwürig ist nochmal diese Frage der Gesellschaft wir haben bei den Gesellschaften zum Beispiel eine ganze Menge mitarbeiten ich glaube ein paar tausend sind es die haben übrigens auch Noterhöhung bekommen und die haben sie auch verdient im Schnitt 6% wer soll die jetzt bezahlen also ist doch logisch dass ein Unternehmen was seine Mitarbeiter ordentlich bezahlt ob der irgendwann sagen muss jetzt muss ich an der Einnahmeseite aufschauen dass ich das im Rotrat mit anpasse und das gilt für viele andere Sachen zu dem Thema das wurde ich noch ergänzen weil das vorhin auch war erstmal alle städtische Wohnungsbau gesellschaften reagieren an dem agieren einzelner teiler einer gesellschaft zum nächsten halte ich für überkrieben sehr sehr zu bieter 100 mieter nicht das was bei uns ankommt in der Stadtentwicklungsverwaltung ist ja nur die Stipsel des Eisberges aber da steht in der Regel tatsächlich die Römach drauf nicht die Angangsgesellschaft muss die schutz nehmen die Robo geht ja auch wenn wir nicht so weit weg halten das gibt keine Zwiesel ich weiß nein die Gebo macht negativ das ist genau nein 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 wir haben es gesagt ja ja und deshalb glaube ich auch dass 2019 wohlgemerkt 900 Millionen Euro für den neuen Jahr dann haben wir nicht falsch verstanden oder ich habe es falsch ausgedrückt es war genauso weil das Gebo ein negativ Beispiel ist das die anderen Gesellschaft aber wenn es die Gesellschaft auch nicht machen aber die anderen zum Beispiel Hobo G auch eine große Gesellschaft hat eine deutlich höhere Begründung zu geben hat eine niedrige Beschwerdequote was vielleicht auch daran liegt dass das alles mit eigenen Kräften macht und nicht irgendeine anonyme Dienstleistung Gesellschaft beauftragt hat und das ist ein Modell wo tatsächlich einige sehr von anderen lernen kann und deshalb haben Sie auch recht dass man sagt da muss man stärker steuern das ist ja auch das was ich auch gesagt auch bisher vermisse weil eben vielleicht oder jemand anders da sind wir tatsächlich auch überlegen wie können wir selber als Gasord stärker steuern was müssen die Gesellschaft auch stärker machen um das also wir können jetzt nicht eben also so sagen Millimeter besperren persönlich verfolgen aber wenn sich das läuft und das ist tatsächlich bei Geobag der Verein wobei es auch ein bisschen hoch gestaupelt aber wenn es das läuft dann müssen da auch Konsequenzen in Zuge werden Veränderungen bei der Geobag haben an der Spitze und nein die haben sich aus und dann werden wir auch sehen dass wir da vielleicht auch gleich nochmal in der neuen Philosophie schauen wenn man da vor die rede also insofern das da sollte die Gesellschaft da wirklich voneinander laden und dass die Gesellschaft auch gucken können was können wir vielleicht gemeinsam machen wo macht das Sinn die OOG will ja jetzt auch in Zukunft Dienstleistung anderen Wohnungsbaugisierschaften anbieten wie wo hat so eine eigene Planungsgruppe wo sie auch Leute einstellen kann sie auch anderen anbieten also ist ja nicht so dass das alles nicht stattfindet und wir haben offene Stellen wo wir auch gerne Leute einstellen es ist es ist sehr amüsant ich bin aufs schneller bauen gesetzt auch sehr gespannt wie wir alle glaube ich und die gewobag habe ich auch sehr viele mieter beschwerden also das ist das wo ich mal die anrufen können und das ist auch zum Teil auch eben wegen dieser billig privatisierten Tochter ehemals Tochter Fred wer so aber billig war schon das Wort äh nee sagt man nicht preiswert diese Absenkung von 30 auf 27 Prozent des Netto Haushalts Einkommens wo man ja immer sagen muss die Wohnung muss dann auch von den Quadratmetern und Räumen dementsprechend was in den ähm für die Kosten der Unterkunft vorgesehen sind wie wäre es wie wäre es aber das heißt trotzdem in Altbewohnungen haben relativ wenig Leute die Chance überhaupt auf diese 27 Prozent auf diese Absenkung zu kommen ähm und die Erfahrung war ja bisher mit diesen Absenkungen genauso wie bei den Härtefall Regelungen für die Sozialmieten die ja noch ein bisschen älter sind ähm dass sie kaum in Anspruch genommen werden ähm ist das also eigentlich nur ein Placebo in den oben also erst mal ist es gut dass es sie gibt aber das was ich schon so sehe ist dass es zu wenig bekannt ist ähm wir haben ähm in diesem Fall eben ein bisschen dass die wenigsten MieterInnen äh dass sie dann noch gebrauch machen können beziehungsweise sie müssen aktiv werden und das ist natürlich genau das Problem ähm dass sie eben aktiv sozusagen vorsprechen müssen und das verantragen müssen und das ist immer schwierig wir sind ja auch ich komme ja aus dem sozialen beziehungsweise eben auch im Bereich der Notfallhilfe da gibt es auch ganz gute Unterstützung für Menschen die in Mietschwierigkeiten kommen aber da ist auch wieder das Problem wer weiß denn in dem Moment wo es eben zu einem Mietzahlungsverzug kommt was ich denn tun kann und da ist immer noch mal für uns als auch hier als Vertreterin von Organisationen die Unterstützung und Beratung anbieten ganz individuelle Unterstützung anbieten dass es immer darum geht dass die wenigsten Leute wissen dass es eine Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten verbunden mit Wohnungsnotfällen gibt also es gibt sowas im Land Berlin aber es ist nicht so ganz klar wo kriegen die Leute die Hilfe beziehungsweise müssen natürlich auf die Wege gehen und das sehe ich hier als Schwierigkeit an da haben die Landeseigenen Wohnungsunternehmen als auch alle die irgendwie in Bezug zu MieterInnen sind also das heißt Stadtteilzentren das sind glaube ich immer ganz gute Orte oder Fantiersmanagement dass da definitiv einfach auch nochmal über diese Hilfen beraten wird beziehungsweise Unterstützung angeboten werden dass sie sozusagen auch beantragt werden können das meine ich das meine ich alle möglichen die Sozialamts Job sind die erfahren dass der Betroffene Probleme hat das liegt darauf auf die Rechte der Betroffenen hin waren die Möglichkeiten die er hat das ist genau vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen ich war heute Vormittag ein anderer Bezirk aber ich war im Austausch mit den sozialen Wohnhilfen die heißen als Fachstellen in den meisten Berliner Bezirken und ich war heute im Austausch mit der Fachstelle mit den Kolleginnen und den Sozialarbeitenden vor Ort und da ist einfach auch ganz klar die bieten die Hilfe aber sie sind zum Beispiel noch nicht in der Lage aufsuchen zu arbeiten was im Fall von Mietzahlungsverzug total wichtig ist dass eben die Leute nicht nur einen Brief kriegen und den nicht öffnen sondern dass es dann darum geht dass vielleicht auch noch mal jemand vorbeikommt und noch mal Hilfestellung gibt und da gebe ich Ihnen recht es geht immer darum wo kriegen die Menschen die Informationen zu dem Zeitpunkt wo es ihnen ganz wichtig ist weil wir wissen alle wenn es eben mal zu einem Zagsverzug kommt muss man ganz schnell handeln Vielen Dank für die Ergänzung noch jetzt waren wir gerade bei Beratung Absenkung wir haben schon über die energetische Sanierung wir haben die zumindest angetippt in den neuen Kooperations Vereinbarung sind wenn ich das richtig verstehe einfach die gesetzlichen Regelungen wiedergegeben letztlich also bis zu 2 Euro können angehoben werden die gesetzliche Regelung ist 7 Euro in der Bökei also es liegt unter dem Gesetz also 6% Umlage bis zu 2 Euro pro Quadratmeter wir haben einen großen Vermittlungssturm also gerade auch in den rückgekauften Beständen auch in den anderen Beständen muss was gemacht werden müssen sich diese Mieter auf große Einsprünge einstellen in den nächsten Jahren das kann jetzt mich sagen ja das werden sie müssen aber in welchem Maße betont die individuelle Mieterhöhung also haben wir doch erstmal Ursache und Wirkung muss ja erstmal einen modernisierung und Plan haben und wissen was da passieren soll bevor ich ermitteln kann wie die Kosten sind und dann ermitteln kann wie die Umnahme wird also muss ich ja erstmal gucken was die ganzen Rahmenbedingungen die Bundesgesetztgebungsthemen Klimaneutralität etc. mit sich bringt dann dann ich den Plan für die modernisierung und dann schaue ich ja grundsatz würde es ohne Mieterhöhungen auch nach 559 BGB also die modernisierungsmieterhöhung hier nicht gehen das ist hier abgesenker oder niedriger maßvoller als das was der normale Markt hier ergibt und ergänzend sind ja hier die Härtefall zu beachten und eben solche schönen Sätze ich wollte das extra nämlich für Frau Wagenberg nochmal raussuchen dass eben auch hier das Leistbarkeitsversprechen ja darüber hinaus geht es ist ja nicht bloß eine Frage von 27% sondern es steht explizit beispielsweise für besondere Bedarfsgruppen und Empfängern am SGB 2 und 12 so die Tragbarkeit der Miethöhe gewährleisten das ist kein kleines Versprechen wenn wir also davon ausgehen dass die Aferonen etc. immer fortgeschrieben wird zeitnah dann ist das kein Problem aber da wir ja unsere Verwaltung kennen und das immer sehr zeitversetzt erfolgt ist so ein Leistbarkeitsversprechen ein wirkliches Thema wo die Mieterinnen und Mieter hier unterstützt werden in einem ganz besonderen Maße also ich sehe hier schon die Notwendigkeit sie sagen mir selbst ein bisschen zu differenzieren die angekauften Bestände sind zum Teil wirklich sehr stark zu sanieren im Übrigen etwas was nicht nur die landeseigenen Wohnungsunternehmen jetzt ausbaden sondern wir sehen ja aus dem Vorkaufsrecht da haben einige Genossenschaften gekauft einige dieser federführenden ankaufenden Genossenschaften haben heute große wirtschaftliche Probleme in diesen Zeiten mit diesen angekauften Objekten voranzukommen mit den Herausforderungen die das schon geschrieben haben haben und Modernisierung aus dem Landeshaushalt so zu pensionieren wie Frau Gengburg sich das vorstellt ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen also wir erwarten Förderprogramme vom Bund vom Land wir werden diese Förderprogramme einsetzen gerade bei den landeseigenen Gesellschaften hat das eine hohe Priorität und dann wird auch ein Großteil dieser Kosten aufgefangen werden können durch Fördermittel aber nicht vollständig davon gehe ich nicht aus also so von mir trage ich davon aus ja ich gehe davon aus dass es Mietsteigerungen geben wird erheblich ist eine Frage von Betrachtungsweil Dankeschön Herr Franzen Ihre Gesellschaft hatte ja den quasi sehr seltenen Fall im Märkischen Viertel dass sie tatsächlich warm mit neutral sanieren konnten aber das lag ja an einem besonders ineffizienten Heizsystem was es bisher dort gab aber in der Regel also Mieter werden sowieso gegriffen sein weil entweder müssen sie Modellisierungsumlage zahlen oder über CO2 Abgabe und ähnliches werden die Heizkosten so gut durchsteigen wenn es nicht irgendwelche Lösungen auf Bundesebene und so weiter dafür geben will aber sehr positive aus wie ist der Stand also es sah mal besser aus mit dem was das Mieten Volksbegehren damals erreicht hat wir hatten selber vorher schon gesagt dass sich so eine gewisse Ernüchterung breitmacht wie können die Errungenschaften verteidigt wieder zurückgeholt werden ausgebaut werden haben sie da eine Idee das ist ja interessant dass gerade ich als Ehrenamtler gefragt werde und die Profis die Geld für ihr eigenes Haushaltseinkommen verdienen mit dieser Arbeit und vielleicht auch in der anderen Einkommensklasse sind als Großteil Leute das nicht lösen können da kann ich natürlich einen philosophischen Aufblick geben die Lage wird sich zuspitzen und die Leute haben alle die Faust in der Tasche weil es sind die 27 Prozent das ist fast eine Art Subjektförderung keine Objektförderung die wir eigentlich bräuchten also dass wirklich zahlbar massenhaft gut klug generationenübergreifend ökologisch gebaut wird das sind die Fragen der Zeit und der Epoche die werden hier ja alle nicht beantwortet das ist ja nur Flickschusterei das Ding ist aber dass 27 Prozent ist das eine das ist ja netto aber die Leute haben ja hier im Haus zum Teil 50 Prozent 60 Prozent ihres Haushaltseinkommens was sie aufwenden müssen um die Wahrmiete zu bezahlen und dann bleibt sehr wenig übrig und das wird sich weiter zuspitzen und das wird vielleicht die einen in die Depression bringen aber die anderen wird das wieder voranbringen und neue Formen entwickeln das haben wir jetzt nicht konkret aber alle gesellschaftlichen Fragen stehen ja auf dem Prüfstand wir wollen alle keinen Krieg aller gegen alle und wenn aber auf Dauer noch die Wohnung prekär wird worüber wir seit in der Mieterinnenbewegung seit über zehn Jahren reden dass die Menschen ihre Wohnungen langsam nicht mehr bezahlen können das wird natürlich in der Stadt wie Berlin ausgeglichen weil immer mehr Leute auch mit hohen Einkommen aber das verschärft natürlich die Lage Leute werden sich auf Dauer artikulieren auch wenn im Moment alle was erstaunt sind dass es jetzt vollkommen anders läuft das müssen sie auch zugeben die Mieten steigen und wir haben immer wieder das Argument prima was wir hinkriegen weil woanders also auch Freimarkt ist ja viel viel schlimmer das ist aber nicht der Maßstab wir sollten diese Stadt selbst gestalten und das Wohnen zusammen selbst gestalten brauchen andere kommunales Bauen Bauhütte ist eine interessante Idee das wäre jetzt ein Punkt aber wir brauchen eigentlich ein steuerfinanziertes Bauen und Wohnen und es muss nicht aus den Mieterinnen heraus gefletscht werden das ist überhaupt die Aufgabe der Zeit und wir diskutieren ständig dass wir zu wenig Zeit haben den Mieterrat um zu treffen wir treffen uns aber jede Woche zwei Stunden das ist ein möchtel treffen ehrenamtlich und viele machen noch mehr in dem Bereich wir merken aber es bringt auch weggeschmissene Zeit und das verstehe ich nicht das ist ein Problem unserer Gesellschaft hier wohnen so viele wunderbare Menschen die Lust haben sich auf irgendeine Art zu beteiligen das können sie aber nicht weil sie quasi wegverwaltet werden wir haben jetzt gerade hier im Spielplatz beteiligen das Projekt mit Spielzeug Ausgabe das bedeutet sozial sehr viel also einfach das miteinander partizipative niedrigschwellige zusammenkommen und das hilft den Leuten sehr das ist auch ein kommunikativer Raum das bringt jetzt ökonomisch erstmal nichts aber das bringt was in der Frage von Einsamkeit Zusammenhalt und bestimmte Sachen zu bewältigen und wir müssen eigentlich das Potenzial das Miteinander das heißt nicht ehrenamt Beuten leben in ihrem schlecht bezahlten Jobs darum kann es also nicht gehen es geht aber darum dass die Leute sich identifizieren mit ihren Orten und Lust haben in der Nachbarschaft aktiv zu sein das haben sie aber langsam nicht mehr weil sie erschöpft sind zwischen Erwerbsarbeit und den ganzen Anforderungen Kinderbetreuung was es alles gibt und so und dass wir keine Perspektive haben zum Beispiel auch kommunale Wohnen dauerhaft bezahlbar dass Aufgabe der Epoche so würde ich das sehen wir haben das große Beispiel vor 100 Jahren Wiener Wohnen und das steht wieder auf der Tagesordnung und wenn wir das nicht selber bemerken bekommen wir immer größere Krisen und immer größere Erschöpfung und brauchen dann nicht nur ASOG Wohnungen sondern immer mehr Sozialarbeit immer mehr Medikamente immer mehr Depressionshilfe und und diese Individualisierung aller Probleme könnten wir beim Wohnungsmarkt bekämpfen durch ein kommunales Baumbau Vielen Dank wir haben jetzt anderthalb Stunden haben wir jetzt auf dieser Bühne schon diskutiert ich würde jetzt ehrlich gesagt maximal drei Fragen aus dem Publikum erstmal zulassen der Rest kann bilateral geklärt werden ich bin Eva 69 Jahre alt ich wohne seit elf Jahren in Zehlendorf ich wurde bereits einmal zwangs geräumt jetzt droht mir wegen Eigenbedarf wieder eine Zwangsräumung ich finde keine Wohnung wir brauchen Wohnungen Wohnungen wir brauchen Wohnungen. Ich bin Klaus, ich bin 59 Jahre alt und bin 39 Jahre alt und kämpfe seit 6 Jahren gegen eine Zwangsgründung. Ich bin juizibgefährdet. Aber der Gerichtshof verneint dies auf 23 Seiten. Wir brauchen Wohnungen. Ich bin Reinhard, ich bin 69 Jahre alt. Ich wohnte seit 44 Jahren im Kreuzberg und wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Am nächsten Freitag, den 13.10. wurde ich mit großem Polizeiaufgebot zwangsberäumt. Die soziale Wohnhilfe wollte mich in ein Vierbettzimmer stecken. Ich finde keine Wohnung. Wir brauchen Wohnungen. Das sind vier von über eineinhalbtausend Zwangsräumungen in Berlin im Jahr. Wir brauchen kein Gerede. Wir brauchen kein Geschäft mit der Armut. Wir brauchen keinen profitgetriebenen Wohnungsmarkt. Wir brauchen Wohnungen. Ich bin Max. Ich bin von der vierten Welt. Und jetzt geht es in die Publikumsdiskussion. Aber eine Sache will ich noch sagen, und die künft an das, was vier Menschen, Personen vor mir gesagt haben. Es gibt einen Volksentscheid in dieser Stadt. Die Mehrheit dieser Stadt hat entschieden, dass Wohnungskonzerne zu enteignen sind. Und der Senat hat bis heute keinen einzigen Deutsch daran getan, das umzusetzen. Mit dem Argument, die private Wirtschaft würde Wohnungen bauen. Und was tut sie seit zwei Tagen? Sie sagt, sie wird es nicht mehr tun. Und damit ist eines bewiesen, was wir seit 30 Jahren sagen. Wohnung ist keine Ware. Und sobald die SPD, das nicht mehr bereitet und nicht in ihrem Programm überlebt, wird sie niemals in dieser Stadt bei Mietern irgendeine Chance haben. Wir machen jetzt die Fragerunde bei fünf Fragen. Und bitte, bitte sich kurz fassen. Ich möchte mich an Herrn Peter, das ist unser Gründer. Und zwar, ich bitte Sie, das mal zur Kenntnis zu nehmen. Mein Kollege hier im Ehrenamt, wir haben mehrere Ehrenämter, arbeitet, hat einen kleinen Jungen und seit ganz, ganz vielen Wochen. Es wird nicht geheizt. Die ganze Wohnanlage wird nicht geheizt. Er hat alleine heute als Mieterbeirat 59 Anrufe gehabt. Leider darf er sich nicht zu äußern. Die hat ihm einen Maulkorb verbreitet, also verpasst und zu ihm gesagt, er möchte bitte nur Gutes immer erzählen, damit er gar nicht erst geht. Ich weiß genau, von was ich rede. Ich war nämlich viermal, die auch mit dabei redet und habe mich nicht mehr aufstellen lassen. Laut ihrem Gesetz. Die Europan hat ein anderes Gesetz gebaut. Bei mir war es denn so, dass als Partiersrede am Ende der RBB. Ich wollte nicht unbedingt sprechen und habe die Krisenmomente normal, gördlich mit der Beleitung oder irgendwas ausgesprochen, dass wir Mieter hier in unserer Siedlung, jetzt wieder der Spektrum, dass wir endlich noch Hilfe kriegen. Das Ende von Mieter-Reise-Entsendungen wurde es dann so weit, dass der Bevorteil mir sagte bei Mieter-Vorträschen, Frau Dröscher, es tut mir leid, aber ich darf Sie nicht mehr, ich kann Ihnen nicht mehr weiterhelfen, weil er kriegt keine Ausbildung mehr. So, und hier wurde bestellt, ich sollte mich doch bitte an die Presse abwenden. Also, ich finde das alles ganz schlimm. Und gleich erziehe die Antwort und denn für die ganzen Mieter, die jetzt ohne Heizung stehen, bei Chattich auch noch. Und bei uns steht das Wasser auch seit mehreren Wochen. Wir wurden jetzt noch kurz verheizt. Da gibt es noch, und soweit ist jetzt noch ein Fenner. Ja, und da kamen die Separaturwelt, vielleicht ich darf weiter nicht machen, die wir haben von Fleckwerk zum Abwurfen. Bis heute ist es noch passiert. Nur ein Verständnis. Aber mir ist wichtig, dass ein Kollege hier, auch dass die 50 Euro für ein Wohnberechtigung scheiden hat, 50 Euro mehr und krieg keine Wohnberechtigung sein. Ich danke vielmals. Wenn Sie eben sagen, wo Sie wohnen, dann würde ich die Kollegen von der Geobacht morgen mal fragen wegen der Heizung. Das ist ein Böse. Jeden vorrangig und jeden vorrangig. Und generell Fragen für alle. Da geht es ja nicht grundsätzlich um die Heizung. Ich habe gesagt, dass wir alle, die wir bekommen haben, oder geben wir mal, die eine Heizung aufmacht. Das Firma hat ein paar Fehler unterlaufen, die haben nicht alle rechtzeitig eincheckt. Das Problem war einfach mal die Heizung-Periode beginnt am 1.10. Seit drei Jahren, wenn nicht sogar länger, haben wir jedes Jahr das Problem, dass die Heizung nicht rechtzeitig im 1.10. eingeschaltet worden ist. Da ist jetzt die Frage, ist es vorsätzlich, dass es nicht... Ich könnte die Kollegen darauf ansprechen morgen. Aber das müsste mir... Da müsste man sagen, wo das ist. ...wenn die Heizung der Wohnanlage herrscht raus. Das ist eine gute Runde. Das ist eine gute Runde. Das ist eine gute Runde. Also eine Heizung über die Heizung. Das heißt, da muss der Hausverkommel kommen, einschalten oder es muss ja eine Fachfirma machen. Ich rufe die Kollegen morgen mal. Früher hat es der Hausverkommel gemacht. Christopher, ich glaube, die ist angekommen. Ich würde jetzt nochmal alle Leute, die was fragen wollen, bitten, sich einmal zu melden, dass das Mikrofon zu den Personen kommen kann. Ich würde fragen wollen, warum aus Psychiatrien Leute in die Wohnungslosigkeit, in die Obdachlosigkeit entlassen werden. Das wäre ein Problem. Das zeigt mir eigentlich... Ich rede, ich rede nicht von Blau und Dunst. Ich habe Patientenfürsprecher in der Psychiatrie. Und es ist zunehmend so, dass die Steuerungsgremien die Leute nicht mehr in Wohnungen und Unterkünfte vermitteln können. Die werden auf die Straße entlassen. Und das zeigt mir eine sozialdemokratische Partei. Das zeigt mir eine christliche demokratische Union. Was haben wir für Politiker, die übers Volk regieren? Nicht für das Volk, sondern über das Volk. Das stammten wir aus dem Boden. Aber wir haben kein Geld für Kindergärten, für Schulen, für Sanierungen, für Schwimmbäder in der Stadt, fürs Volk. Denn wir brauchen nicht den Kopf schütteln. Was ist halt so? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist in Ordnung. Ja, schwarz, dann kann ich nicht weiter. Soll ich Ihnen jetzt noch einen Vortrag halten, was Bundesnachung sagt? Nein. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, man muss ja auch was für dich zu Wort kommen. Ja? Also nicht nur hier vom Podium abzunehmen. Man hat selten die Belegenheit immer so direkt zu kommen und was loszuwerden. Mein Name ist Martin Aufmann, ich komme aus Strattenburg, aus Schausener Platz. Ich war über 20 Jahre wirklich mit dem Mieterbeirat in Schausener Platz. Ich bin jetzt das zweite Mal, glaube ich, mit dabei bei der Emo machen. Und nebenbei noch mindestens drei Wieterinitiativen zu verschiedenen Themen. Also, ich habe drei Vorstände erlebt. Ich habe die ganze große Zeit der Neuen Heimat begleitet und wir haben immer geweckert. Aber was jetzt los ist, ist unerträglich. Ja? Und ich nehme Sie einfach mal bei Wort, weil ich gebe Ihnen die Vereinbarung an. Es ist eine Landeseigene Wohnungsbau-Gesellschaft. Die gehört den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Berlin. Und Sie sind die Vertretung. Sie sind der Gesellschaft. Und kein Eigentümer lässt sich auf der Nase umtanzen. Wenn Sie es ernst nehmen mit Mieterbeteiligung und so weiter, dann sorgen Sie dafür, dass wir das Rückgrat haben. So. Und ich will nur zwei Tage. Es wäre schön, wenn ich noch mal rankomme. Ich habe noch mehr auf der Seite. Zu gern 27 Prozent waren das, glaube ich. So. Ich würde das sogar als vorübergehend akzeptieren. Aber es muss die Warenmiete sein. Und es ist ja möglich beim sozialen Wohnungsbau mit dem Mietzuschuss. Zum ersten Mal wird dort die Warenmiete eingesetzt, wie es sich gehört. Das ist nicht effektive Miete. Das wäre der erste Schritt, um das mal durchzusetzen. Um den Leuten wirklich ein bisschen was zu bieten und ein bisschen reinzuführen. Und das Nächste ist, heute sitzen am Hausernplatz mindestens 200 Wohnungen Leute seit letztem Freitag ohne Heizung. So eine wiederholte Male. Das war im letzten Jahr nur in dem einen Block. Immer wieder laufende Meter. Jetzt wird angekündigt, dass das Ganze bis zum 28. März nach Zickmeckereien im letzten Jahr ist irgendwann eine Mitteilung ausgegeben worden. Das ist schon eine Frechheit. Dann wurde den Leuten pauschal eine Mietminderung angekündigt und sie brauchen nichts. Das fehlt jetzt wieder aus dem Ausland. Die Leute können sich einen Heizstrahler kaufen. Die kriegen 5 Euro pro Tag für den Strom. Es wird aber nicht pauschal. Es ist ein ganzer Block. Es sind mindestens 200 Wohnungen oder so. Das ist ja nicht das Einzige. Gucken Sie in die Presse. Das geht um die und sonstige. Aber es wird nicht pauschal. Sie wissen auch, wer betroffen ist. Automatisch die Mietminderung gewährt. Eine Frechheit. Jeder muss vielleicht selbst noch alt und behindert. Ich empfinde das als Menschenverachtung. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen überlege. Das ist ein Hotel. Man könnte sich ein Hotel, wenn man es gar nicht mehr aussieht. Das Ding ist fotografiert. Das ist im Netz. Das ist zugeschehen. Aber warum denn? Wer soll denn jetzt losgehen und sich ein Hotel bieten? Warum sorgt die GWO? Das ist keine Klitsche. Das ist ein Konzern. Wer kann doch sorgen dafür? Der sagt, Leute meldet euch. Wir haben hier eine Pension an. Oder sonst was. Und dann müssen wir das vorauszahlen. Auch nicht jeder kann das vorauszahlen. Und dann hoffen. Die Leute kriegen keine Antworten manchmal über den Monat. Ich würde jetzt noch zwei Redner annehmen. Vielleicht brauchen wir mal eine konkrete Frage an die Referenten auf dem Podium. Jetzt wieder in diese Richtung. Danke schön. Danke schön. Ja, hier unten haben sich Menschen vorgestellt, die von Zwangsräumung bedroht sind. Oder wo schon eine Zwangsräumung durchgeführt wurde. Meine Frage an die verantwortlichen, was gedenken Sie, der Senator Gäber und andere, die sich da verantwortlich fühlen, das zu verhindern. Dass Menschen, die soziale oder psychische Probleme haben, zwangsgeordnet werden. Das ist ja sehr brutal. Obdachlose einzuladen. So, jetzt nehme ich erst mal eine Person dran. Dann würde ich, glaube ich, kurz ans Podium zurückgeben. Ich möchte auch da einhaken. Sie sitzen hier zu 7 auf dem Podium. Und ich verstehe es nicht, warum Sie sich nicht alle mal zusammensetzen. Auch mit der Politik. Um das allerwichtigste Thema. Denn es geht um Menschen, nicht um Zahlen. Und diese Menschen werden von Zwangsräumung bedroht. Warum setzen Sie sich nicht alle mal zusammen? Und mit dem Vorsatz, wir wollen keine Zwangsräumungen mehr haben. Und warum ist es nicht möglich, die Gelder, die wir an die Asag-Unterkünfte zahlen? Also, Entschuldigung. Und da gibt es Tagessätze bis zu 69 Euro. Haben wir gerade gehört. Ich weiß, dass sie schon höher sind total. Ja. Warum man das nicht einsetzt, um zu sagen, okay. Das kriegen jetzt die Landeseigenen Wohnungsunternehmen dafür, dass die Menschen nicht räumen. Und man hilft den Menschen aus seiner Situation raus. Die meisten Menschen, die die Miete nicht zahlen, tun es nicht. Also mit großem Abkommen. Ich glaube, es ist sogar keiner dabei, der das aus Böswilligkeit tut. Sondern der hat ein anderes Problem, das dazu führt, dass sie sie nicht bezahlen. Das kann das Amt sein, das es so genervt hat, dass es die Anträge nicht mehr stellt. Alle möglichen Ursachen kommt. Es kommt auch Burnout in Frage. Es gibt Menschen, die haben genügend Geld auf dem Konto, um die Miete zu bezahlen. Aber die haben aus anderen Gründen einfach zwei Monate nicht mehr die Fähigkeit gehabt. Das ist das nicht geschafft. Und kriegen eine fristlose Kündigung oben drauf, obwohl sie ein anderes Problem haben, das auch gelöst werden müsste. Das darf einfach nicht sein. Ich plädiere an alle sieben da oben. Arbeitet endlich daran, dass es keine Zwangsräumigung mehr gibt. Und mit den Kosten, die man auch schon Unterkunft bezahlt, kann man das leicht finanzieren. Da bin ich überzeugt. Haben Sie eine Frage? Es gab ja eine konkrete Frage vorher. Was Sie tun, um Zwangsräumungen zu verhindern. Also, erstmal bei den Landeseigungsunternehmen gibt es wenig Zwangsräumungen. Und da gibt es auch einen langen Vorlauf. Da fragst du sicherlich noch, beruf nach was zu sagen. Weil genau das, was Sie sagen, ist richtig. Ja, ich sagte wenig Zwangsräumungen. Aber wieso gibt es überhaupt welche? Ja, weil es einfach... Nee, wieso gibt es überhaupt welche? Weil es alle... Also, erstens gibt es auch Mieter, die gar nicht mehr in den Wohnungen wohnen. Aber die Wohnungen nicht freigeben. Also, das gibt es auch. Da gibt es Mieter, die tatsächlich auch nach intensiven Beratungen und Unterstützungsangeboten irgendwie nicht erleichtbar sind. Oder es gibt auch Mieter, die einfach für die anderen Mieter nicht mehr weiter erträglich sind. Das soll es auch geben. Also, im Zufall, es gibt schon Fälle, wo einfach, glaube ich, auch die Mieterin im Haus sagen, jetzt muss da mal jemand durchgreifen. Aber nochmal, viele Fälle, die Sie im Blick haben, finden bei privaten Mieter in der Stadt. Und da haben wir halt so ein kleines Einfluss drauf. Wenn der Mieter den Rechtsmieter beschreibt und einen entsprechenden Titel erhält, dann können wir ihm das auch nicht abkaufen oder irgendwas. Insofern, für die landeseigenen Gesellschaften ist es tatsächlich so, dass es möglichst keine Lebenswahrungsraum gibt. Das ist auch kein Spaß, also auch die Landeseigenen haben da kein Interesse dran. Und insofern sind wir dabei, auch noch weiter zu gucken, wie können wir Beratungen ausweiten. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach auf dem Podium jetzt noch keine Abschlussrunde Ich würde gerne sagen. Ja, ja, ja. Ich würde gerne sagen. Wenn Sie alle gerne mit, haben Sie auch aufgenommen, aber ich möchte gerade ein bisschen kommen. Nochmal zu den anderen Hinweisen, also gerade was die GEBO-Bank angeht, habe ich meine persönliche Einschätzung und meinen Eindruck auch geschildert, dass da auch was passieren muss. Ich nehme das alles mit. Und auch ernst. Nochmal, ich bin nicht Vorstand der GEBO-Bank. Sie sind die Gesellschafter. Sie sind das größte PIN der GEBO-Bank. Oh, 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 oh. Und deshalb muss es beim Berlin als Eigentümer seinen Anspruch gelten machen, dass diese Sachen abgestellt werden. Das haben wir bisher schon auch versucht. Aber wie Sie richtig sagen, es scheint sozusagen wenig Wirkung zu sein. Und deswegen müssen wir da jetzt so entschlossen rangehen, dass wir möglichst jetzt bis zum Jahresende dieses Blendwerk-Thema mal in irgendeiner Form geklärt haben. Und hier für die Mieter dann bessere Ergebnisse bringen. Naja, Frau Michelle, es geht ja nach Hamburg. Also von daher, wenn es ja nur noch gut geht, oder? Das hat sich vorhin angedeutet. Das hat ja wirtschaftliche Gründe gehabt, um zu gehen. Naja. Wie gut, dass ich hier nicht für die GEBO-Box sitze. Also, Thema Zwangsräumung. Wir wollen extrem wenig als landeseigene Wohnungsunternehmen und nur im wirklich absoluten Ausnahmefall. Ich kann das für meine Gesellschaft sagen. Wenn wir eine Wohnung räumen, kriegen das beide Vorstände, mein Kollege und ich, jeden einzelnen Vorgang auf den Tisch. Und wir entscheiden dann selbst und gucken uns den Vorgang auch persönlich an. Da kommen wir demnächst mal dazu. Was ist... Naja, bei uns musst du keine Angst haben. Die Fälle, die Sie genannt haben, sind mit Sicherheit nicht bei uns. Was Sie gesagt haben, das Thema aufsuchende Beratung. Jeder Mieter, Mietende bei uns, der Mietschulden hat, bekommt natürlich irgendwann mal eine Zahlungsverhinderung, die normal ist, bekommt auch irgendwann mal eine Mahnung. Wenn ihr nicht reagiert, gibt es natürlich keine Kündigung sofort oder irgendwas anderes, sondern wir haben eine externe Sozialberatung, die für uns arbeitet und in jedem Fall eine aufsuchende Sozialberatung macht. Und dann auch mit den Mietenden entsprechend die Möglichkeiten durchgeht, was sie beantragen können, Formulare ausfüllt, Unterstützung gibt. Das bezahlen wir. BWO heißt die Firma. Ist wie gesagt ein externer, normaler Sozialberater, der mit jedem Mietenden entsprechend diese Lösungen versucht zu finden. Wenn bei uns mal geräumt wird, kommt es wirklich ganz oft vor, dass bei mir am Tisch was ist, wo die Mieter gar nicht mehr in der Wohnung sind. Das haben wir vorher mindestens dreimal durch unseren Hausmeister kontrollieren lassen. Die gucken sich an die Briefkästen an, die gucken sich an, ob die Reetten runter sind. Wir gucken uns auch die Stromrechnungen an, um dann ganz sicher zu wissen, dass die abgehauen sind. Die Mietnomaden. Und dann gehen wir in die Räumung. Dann entscheide ich natürlich auch, dass geräumt werden muss, aber sonst nicht viel Geld verlieren. Und der Geld hat das angesprochen. Es ist gar nicht so selten, dass wirklich zum Schutz aller anderen Mietenden in dem Haus dann teilweise Räumungen durchgeführt werden müssen, weil Leute mit Waffen rumlaufen, Leute ihre Nachbarn massiv bedrohen zu Tages- und Nachtzeiten und das einfach auch nicht mehr zumutbar ist. Das würden sie genauso sehen, wenn sie in der Hausgemeinschaft wohnen. Und dann müssen wir dann natürlich auch reagieren, wenn die anderen bedroht werden im Haus, muss man entsprechend reagieren als Vermieter. Ich frage, was ist los? Meine Nachbarin ist abgestochen worden. Genau. Also man muss dann reagieren. Anderer zum Schutz der anderen haben wir auch in Verantwortung. Das sind die wenigsten Fälle. Das ist Polemik, was Sie machen. Nein, das ist keine Polemik. Das sind die Fälle, die auch bei mir am Tisch liegen. Wir brauchen aber jetzt auch nicht die Tiefenmacht. Also, ihr fiel vorhin einmal die Adresse her, der Straße, Spandau, Stagen. Es gab letztes Jahr einen sehr harten Fall. Eine gut bürgerliche, neunköpfige Familie, sechs Kinder, sollte zwangsgeräumt werden. War Magistratsweg, Gewobag. So, es ging um einen minimalen Mietrückstand, den das Jobcenter verursacht hatte. Dann gab es einen menschlichen Gönner, der hat das ganz schnell übernommen, hat das überwiesen. Einen ganzen Tag musste darum gekämpft werden, in den Räumen der Gewobag die Gerichtsvollzieherin für den nächsten Tag zurück zu pfeifen. Wir wurden von Securities rausgeschmissen, weil das Gebäude der Gewobag, was ja eine städtebauliche Genossenschaft ist, auf Privatkundenstück steht. Waren die Spreebögen da? Moabit. Moabit. Dann wurden wir nach Spandau geschickt. Es hat ewig gedauert, dass dann die Bekanntgabe gab, okay, wir sehen von der Zwangsräumung ab. Der kleine Mietrückstand, der nachweislich gezahlt wurde, da hieß es, das Geld interessiert mich nicht. Die Leute wollen wir loswerden. Das jüngste Kind war zwei Jahre alt. Es gab ein rechtskräftiges Urteil. Gott sei Dank, die Familie konnte bleiben, aber sie sitzt auf wackeligen Füßen, weil dieses rechtskräftige Urteil jederzeit vollstreckt werden kann. Und absolut keine gefährliche Familie, gut bürgerlich. Das war ein absoluter Horror. Und da kämpfe ich mit dafür. Und wenn es bis an mein Lebensende dauert, so geht das nicht. Das war die Gewobag, ein scheiß Unternehmen. Okay, der Mark ist gerade zwei Jahre spät. Ich denke, ich mache vielleicht das Schlusswort, aber vielleicht macht auch Herr Körs das Schlusswort. Du hast ja vorhin schon ein gutes Ausbild gegeben. Zu den Zwangsformen kann ich sagen, dass wir viele Parteitage darüber gestritten haben und ich finde es sehr gut, dass ihr euch in den Raum geht und das Thema setzt, weil es ein Schlaglicht darauf wirft, welche menschlichen Schicksale permanent in Kauf genommen werden und wo immer wieder auch unter der Erklärung der sogenannten Mutnormalen immer so getan wird, dass das total normal ist. Wir hatten heute Rechtsausschuss, bevor ich hergekommen bin. Wir haben als Linke ein Programm auf den Weg gebracht, wo wir wollten, dass Menschen, die von Zwangsformen bedroht sind, extra mal aufgesucht werden, um da sozusagen eine extra Ansprache zu bekommen, wenn schon Zwangsformen anstehen. Das wurde jetzt allerdings von der SPD-CPU-Koalition leider eingestammt. Wir haben darüber heute im Rechtsausschuss gesprochen. Die Justizsenatorin, die neue der CDU-Führer Baden-Werker hat nochmal erklärt, dass sie das für nicht zielführend hält, dass man extra nochmal mit den Leuten redet. Und insofern ist auch da leider keine Besserung zu erwarten. Was die landeseigenen Wohnungsvorgesellschaften anbelangt, kann ich den Blick in unser Wahlprogramm nochmal empfehlen. Da habe ich zum Beispiel mit durchgesetzt, dass da drin steht, dass die landeseigenen Wohnungsvorgesellschaften keine Zwangsformen durchführen sollen. Das haben wir allerdings nicht durchsetzen können, weil im Koalitionsvertrag, der jetzt auch nicht mehr gilt, aber den ich auch dabei habe, den wir noch hatten bis vor vier Monaten, da war das dann so in der Weise nicht zu finden. Das heißt, es ist ein wichtiger weiterer Kampf, den wir da gerne gemeinsam auch kämpfen. Und ich möchte auf jeden Fall sagen, dass ich glaube, dass diese Frage der Zwangsformung wirklich auch nochmal dieses Thema, was ich vorhin auch gemacht habe, mit der Solidarität in den Mittelpunktraum stellt. Dass wir uns fragen müssen, wer in dieser Stadt ist eigentlich solidarisch mit wem. Und die Politik, die hier eben auch von euch, von der SPD, die ganz weit betrieben wird, ist halt immer zu sagen, ja, wir müssen irgendwie Platz machen für die, die irgendwie Geld in diese Stadt bringen und alle anderen müssen mal gucken, wie sie sich drumrum sortieren. Und das geht, ja, das ist ein bisschen vereinfacht, aber du widersprichst mir nicht mehr. Das ist auch ein Zwischee. Aber ich habe immer recht, das ist das Problem und deswegen sind wir auch miteinander klargekommen. Und es wäre total schön, wenn die Sozialdemokratie sich an der Stelle mal korrigieren würde, weil es halt nicht geht. Eine Stadt ist ein Gemeinwesen, was für die Menschen da ist. Und deswegen geht es auch darum, die Leute zu versorgen, mit den sozialen Voraussetzungen, die es braucht. Und nicht immer zu sagen, ja, da kommt schon noch irgendwer in der Ruhe noch eine Olympia und da kommt noch irgendein Investor. Und dann, wenn sie alle nicht mehr kommen, weil sie keinen Bock mehr haben oder sich verzockt haben, dann steht man da und hat die Pleite. Also ich meine, es ist übersichtlich, es läuft ja 30 Jahre scheiße, es wird Zeit für eine Korrektur. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mal einen anderen Weg gehen wollt. Wir als Linke haben uns da auf den Weg gemacht und ich danke euch für die tagkräftige Unterstützung und dass ihr so widerstehende Mieterinnen und Mieter seid. So, es ist noch sehr liebhaft geworden. Ich fand es einen wirklich interessanten Abend. Und ich möchte mich bedanken bei den ganzen Leuten, die sehe ich hier auf der Bühne. Diese Bühne ist eine sehr unbequeme Angelegenheit, glaube ich. Ich habe sie selber nicht... Man muss sehr aufpassen, dass man nicht vorne oder hinten runterfällt oder irgendwas. Ich danke für das tapfere Ausreiten und ich sage es jetzt nicht, damit jetzt nicht noch am Ende irgendwas passiert. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und... Auch an uns, wir haben uns auch die Zeit genommen. Wohnung ist keine Ware. Wohnung ist keine Ware. Und kein Aktienpaket. Und kein Aktienpaket. Gut. Wohnung ist Menschenreaktion. Vielen Dank für den interessanten Abend. Ich denke, der eine oder andere ist vielleicht noch ein paar Minuten länger da. Jetzt ist die Zeit für zwei, vier, nee, vier Augengespräche. Zwei Augengespräche werden anseitig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.